Besorgniserregende Bilder aus dem Norden von Indien. Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen war ein Bus von den Fluten mitgerissen worden. Lokale Medien berichteten, das Fahrzeug habe auf einem Parkplatz gestanden, als es von den Wassermassen fortgespült wurde. Glücklicherweise sei zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand an Bord des Busses gewesen. Nach Angaben der Behörden des Bundesstaates Himachal Pradesh sind dort zahlreiche Gebiete von Überschwemmungen und Erdrutschen betroffen. Der nationale Katastrophenschutz sei alarmiert worden. Einige Menschen seien von der Außenwelt abgeschnitten, hieß es. Meldungen über Tote oder Verletzte gab es zunächst nicht. Während des Monsuns sind Überschwemmungen und damit zusammenhängende Katastrophen in Indien keine Seltenheit. Häufig sind die lokalen Behörden mit den Auswirkungen der Unwetter überfordert.